Musik Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie! Da, durch, auf der linken Seite. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich muss zum Gleis 9 Dreiviertel. 9 Dreiviertel sagst du, hab schon bessere Witze gehört. 9 Dreiviertel sagst du, hab schon bessere Witze gehört. Was sonst? Kommt! Was sonst? Du weißt, 9 Dreiviertel geht's hier lang. Na los, Percy! Du zuerst! Na los! Fred, du als nächster! Er ist nicht Fred, sondern ich mal. Also jetzt mal im Ernst, du sagst du wärst unsere Mutter? Oh, entschuldige George. War nur ein Scherz, ich bin Fred. Entschuldigen Sie bitte! Können Sie mir sagen, wie ich... Ach so, wie du zum Gleis kommst. Engelty, nur keine Sorge. Ron fährt auch zum ersten Mal nach Hogwarts. Du musst nur Folgendes tun. Du läufst geradewegs auf die Wand zu. Zwischen Gleis 9 und 10. Renn lieber ein bisschen, wenn du nervös bist. Alles Gute. Entschuldigen Sie bitte! Entschuldigen Sie! Dadurch, auf der linken Seite. Danke sehr. Entschuldigen Sie bitte! Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich muss zum Gleis 9 Dreiviertel. 9 Dreiviertel sagst du! Hab schon bessere Witze gehört! Fractions, from 2 to 19, you should add suffix, tell or tell. From 20 and above, you should add suffix, tell. Vierte 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 Dritte 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 Achte Achte Dreiviertel Dreiviertel Einhalb Einhalb Ein Viertel Ein Viertel Sieben Zwörfte Sieben Zwörfte Das ist ja dasselbe, alles voller Muggel, was sollst, komm! Du weißt, 9 Dreiviertel geht hier lang! Na los, Percy! Du zuerst! Fred, du als nächster! Er ist nicht Fred, sondern ich mal! Zondem It's used when a sentence contains nicht or kein and it can be translated as but rather Er ist nicht Fred, sondern ich ma Ich fliege nicht nach London, sondern nach Paris Also jetzt mal im Ernst, du sagst, du wärst unsere Mutter Meinst du das im Ernst? Meinst du das im Ernst? Oh, entschuldige, George! Mach nur ein Scherz! Ich bin Fred! Der Scherz, die Scherze Der Scherz, die Scherze Ich mache nur einen Scherz Ich mache nur einen Scherz Entschuldigen Sie bitte! Können Sie mir sagen, wie ich... Ach so, wie du zum Gleis kommst! Engelti, nur keine Sorge! Ron fährt auch zum ersten Mal nach Hogwarts Du musst nur Folgendes tun Du läufst geradewegs auf die Wand zu Zwischengleis 9 und 10 Renn lieber ein bisschen, wenn du nervös bist Alles Gute!